Guten Tag! Willkommen bei der Glaserei und Bauelemente Service GmbH. Schön, dass Sie anrufen. Wir wollen all Ihre Fragen beantworten und freuen uns schon auf das Gespräch mit Ihnen. Glauben Sie mir, das dauert hier nicht lange. Und falls gerade noch etwas Zeit bleibt, steuern Sie zwischendurch mal unsere Website an www.glasservice-lange.de Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.